hallo und herzlich willkommen zurück zu drang edge inquisition ist das nicht wunderbar wieder hier zu sein in diesem wunderschönen schloss es ist fast monat her dass ich aufgenommen habe mensch wie die zeit einfach weg ist das ist unfassbar ja ich habe es jedenfalls nicht geschafft aufzunehmen deswegen war jetzt auch mal wieder eine pause es tut mir so leid aber es passiert es tut mir sehr leid aber es passiert ich kann nicht viel daran ändern manchmal ist es halt einfach so ne es nützt halt auch nichts wenn ich einfach absolut keine lust habe und damit zwinge aufzunehmen da wird das nichts denn das ganze vergessen und ihr müsst halt auch bedenken ich mache das natürlich nebenbei also es ist jetzt nicht so als würde ich geld damit verdienen oder so deswegen das halt auch was was mir spaß machen soll ich denke versteht das schon jedenfalls sind wir jetzt wieder da trotzdem tut mir die pause leid es möchte noch mal betonen es tut mir wirklich leid aber manchmal ist es halt einfach so und ja jetzt sind wir wieder da und wir wollen jetzt gar nicht so viel zeit verplempern und in den rats raum gehen der gar nicht hier direkt ist sondern hinter dieser tür richtig hier da ist der rats raum nämlich mensch ich weiß gar nicht genau was ich jetzt hier alles machen muss aber wir werden sehen was hier auf uns zukommt wow diesen tisch hätte ich gerne bei mir im wohnzimmer da ist ganz viel neues und da auch das ist ja viel zu tun wir fangen mal oben an die grabungen gehen nur langsam voran wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt ach so das war's ich da kommt voll das gespräch okay die arkanistin gewinnen das klingt doch nach guten plan wenn wir das tun wer ist die arkanistin ich weiß nicht aber wir werden es jetzt erfahren die himmelswester hat ein unglaubliches potenzial was die runen herstellung und schmiedekunst angeht runen wir brauchen stimmt wir brauchen immer noch jemanden der das kann was uns fehlt ist jemand der uns hilft dieses potenzial auszuschöpfen wir haben viele experten an den krieg und die venatorie verloren ich finde übrigens wenn der torie hört sich sowas von nach bis zum letzten morgen grauen hieß die nicht so ähnlich venturi oder sowas wie hießen die denn keine ahnung aber für mich hört sich das eher danach an was war zuerst da ich weiß es nicht jedenfalls geht es hier mal weiter im text aber es gibt da ein organistin mit bemerkenswerten fähigkeiten die den ruf genießt schon mehrere erste verzauberer an drastischer und ich lese jetzt halt doch mal die koschen ich weiß da sind euch schlecht geht aber der würde auch nicht besser wenn wir hier ein däumchen drehen zwar wobei jetzt da verzauberer an drastischer und kaiserlicher zirkel typ hier zu haben weil da die mit den gemacht keine ahnung nach zwei mordanschlägen und mindestens einer explosion zögern viele landes landbesitzer jedoch ihr die durchreise zugestatten es wird nicht einfach sein sie aus tantavail hierher zu bringen aber diese agonisten agonisten wäre für die inquisition von unschätzbarem wert ich denke nicht dass das was für dich ist ein bündnis kann alle bedenken zerstreuen die besitzer der länder die sie durchqueren wird müssen nur überzeugt werden dass es gut wäre uns nicht zu verärgern ja an sich klingt das zwar auch gut aber nein um ihr die durchreise zu verweigern müssten sie wissen dass sie da ist aber das wird sie nie erfahren ich finde das ist ein super job für die jane auf jeden fall oder wir werden ihre sicherheit auf dem kaiserlichen hochweg mit einer eskorte gewährleisten es macht aber ganz schön viel aufsehen ich finde hier lillianer sollte das machen null diesem das führe ich alle kein problem zeitmäßig okay ja gut hier du was das bitte ja kann ist den gewinnen die akad ist dem wurde trotz echt beträchtlicher kosten und der bedenken nicht weniger traditionell denkender magier in sicherheit gebracht und wartet in der krypte auf ein treff mit dem inquisitor das ist ja ganz wunderbar dann haben wir jetzt wieder welche mit den wir reden können die suche nach dem schreiberling büschchen erstens ihr spielt verdammt gut der sündenfall zweitens euer hinweis zu diesem bielen fort in kirkwall ist vielversprechend meine lektorin hat sich für mich umgesehen sie ist ein hohes tier der koterie die leute erzählen ihr also alles ob sie wollen oder nicht die lektorin ist ein hohes tier der koterie sie hat das arme schwein aufgespürt als er die manuskripte aus kirkwall schaffen wollte und jetzt wird es seltsam der kurier ist ein magistrat lord werner kämring kämring die koterie würde ihn nicht mal mit der kneifzange an rühren könntet ihr euch vielleicht nett und höflich mit ihm unterhalten das klingt doch nach einem fall für josephine das beru des wikoms schuldet mir einige gefälligkeiten ich könnte eine davon einfordern am magistratskurier er muss noch in etwas anderes verwickelt seinen film heraus was das ist das klingt spannend ich habe einen freund bei der wache von kirkwall vielleicht ist er bereit mit diesem magistrat zu sprechen eigentlich klingt es tatsächlich danach andererseits möchte ich dieses geheimnis wissen und liana hat ja jetzt wieder zeit also dann wollen wir doch mal sehen ja schau dir das mal an da ist hier da bericht über aktivität der dunklen brut ich gehe einfach von oben nach unten durch weiß nicht ach so ja ich weiß ach und sie kann nicht gut dann kommen wir schon mal auf ihn schalten wir sollten trotzdem gucken was sie zu sagen hat berichte über aktivitäten der dunklen brut es gibt berichte über dunkle brut an der sturmküste obwohl die gegend nur dünn besiedelt ist stellt die dunkle brut eine erhebliche bedrohung sowohl für reisen als auch für die für an der küste stationierte soldaten der inquisition da sollte sich die dunkle brut weiter ausbreiten könnten auch weiter im inland gelegene dörfer in gefahr sein das klingt sofort nach einem fall für kallen aber was würde liana tun bot bot liana du es ist riskant aber ein kleiner spähtrupp könnte sich an der dunklen brut vorbeischleichen um herauszufinden woher sie kommt hä na stimmt von unten ähm die dunkle brut kommt aus der tiefe an die oberfläche richtig unsere soldaten können das gebiet durchkämmen um herauszufinden wo sie am stärksten vertreten sind ja ich finde es was für kallen kommen noch minuten da haben wir wahrscheinlich ist er fertig mach wahrscheinlich ist er fertig wenn wir das nächste ausgewählt haben ich kenne das auch ich hatten über den wir miss beschäftigt ok warte wen haben wir diplomatie haben wir katastrophe das ist aber was wo wir selber hin reisen oder ich mein schon orsamers freundschaft erringen ja nee ja das klingt absolut wie ein fall für josephine die können das eh nicht ja guck mal wusste ich es doch orsamers freundschaft erringen wir haben eine nachricht aus orsam erhalten im wissen das uralte dunkle brut feders bedroht erklärt könig wählen offiziell seine unterstützung inquisition was im wissen das uralte dunkle brut feders bedroht erklärt ok als josephine ich rate dazu umgehend eine ich muss mich am ohr jucken also nicht wundern wenn sie es gerade komisch anhört weil ich mich am ohr jucke ich meine damit weil ich den kopf schräg halte und der ton deswegen ein bisschen anders im mikro ankommt ok nicht weil ich nicht höre weil ich mich im ohr jucke ich rate dazu umgehend eine delegation auf orsamer zu schicken um dieses bündnis zu besiegeln macht das fangen wir an ja so was achso hier die mächter finden ich weiß nicht ich weiß halt immer auch nicht was hier als erstes und was vorher und keine ahnung was denn hiermit haben wir hier irgendwas nö ok bericht bereit die sollten die müssen wir auch noch angucken wieso warte mal wie sollen wir nun zwei mein gott was können wir denn hier machen alles das wohl noch nicht ich denke mal wenn die wenn man mehr kosten hat dann ist es wahrscheinlich auch gefährlicher und so ne so hier pflicht oder wahrheit der selestinesee ich habe vergessen was wir hier überhaupt getan haben aber danke josephine dass du mir ein bericht geschrieben hast und zwar madame botschafterin es wäre mir eine ehre eure einladung anzunehmen ich werde arrangements treffen ohne inquisition als bald ein besuch abzustatten bin ich doch äußerst neugierig darauf eure organisation mit eigenen augen zu erleben verehrte grüße kommt renald de morier super über die nachfolge nütz ah hier guck mal dass das da erinnere ich mich sogar fast dran komm an dann kallen mein gemahl hat mich wissen lassen dass ich es dem eingreifen der soldaten eure inquisition zu verdanken habe dass meine kutsche vor kurzem nicht opfer eines banditen überfalls wurde die straßen sind dieser tage tatsächlich gefährlich weshalb ich als herzogin von lütz mein bestes geben werde um sie sicherer zu machen bitte richtet all jenen meinen dank aus ich weiß nicht mehr wer sie ist all jenen meinen dank aus die mitgeholfen haben in diesen schwierigen zeiten für meine sicherheit zu sorgen hoch 28 erzogin von lütz ich glaube das ist die genau mein mann und so ne ja 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 genau das ist die nicht die die bei der die war andere bei der kirche die war andere bei der kirche nicht die sondern ja okay ich weiß dankeschön ich hoffe auch ähm so 8 8 20 20 8 irgendwie möchte ich das machen ich weiß nicht so genau warum hatte ich wollte mal eben gucken aber hier haben wir keinen keinen ausrufe zeichen von wegen ist fertig ne ne haben wir nicht wenn ich noch lange warte dann haben wir gleich okay so ich ist gerade verfügbar kosten was müssen wir denn hier machen oh hä ok kann man dann keilen laut unserer speer haben mehrere reisende die westgrade betreten das ist erstaunlich wenn man bedenkt dass es in dieser verfluchten wüste keine handelsrouten gibt noch erstaunlicher ist aber dass die region niemand verlässt wir sollten der sache nachgehen hat man nur rüllen ich empfehle die sofortige stationierung von truppen zur sicherung von brückenkopf in ja ja also wir reisen jetzt aber schon wir reisen nicht dahin neues gebiet freigeschaltet so ok die westgrade untersuchen da wollen wir eh hin ne da müssen wir nämlich glaube ich was für ähm schatzi holen ich nam ich hab ich hab grad was anderes aufgenemt 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 und äh namen namen ganz schlimm äh die westgrade untersuchen kommandant wir haben wie befohlen einen brückenkopf 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 in den westgraden errichtet wir hatten auch schon ein scharmützel mit den venatori aber keine verluste er bitte dennoch verstärkung der begriff verfluchte wüste und beschreibt die gegend hier nicht annähernd leutnant harding echt klar Gruppe sammeln und zu folgendem ort reisen die westgrade auf jetzt wen nehmen wir mit ich schatzi schatzi er ist auch ein schatzi ne ihn würde ich auch mitnehmen ähm aber ich meine blackball so heißt er wir können kohl mitnehmen ja passt doch eigentlich ne ich wusste nicht dass der ein begleiter ist der iserne brülle ich will jetzt will ich kohl mitnehmen wir haben zauberer nahkampf kohl warte war irgendwann mit denen mit dem überhaupt nicht einverstanden ich weiß es nicht was hat blackball dazu gesagt ich weiß es einfach nicht ich wusste echt nicht dass der warte mal sieht man hier wer noch hier sieht man nicht wie viele plätze wir noch haben also wie viel begleiter wir überhaupt noch kriegen ok ja guck mal was der so kann oh gott wir müssen den level noch das hätte mir vor wir müssen glaube ich aber auch uns level ne das heißt wir dürfen jetzt erstmal haufenweise leveln ja das ist schön keine helden der tod der vielfalt was ok was gibt es hier noch leichnam toll mittlungsschrift scharfen witwe das lesen wir aber alles im kodex und nicht hier oh nö das hier könnte der schlimmste ort auf erden sein seid also vorsichtig da draußen sie hat nur sie tor zu mir das ist doch kein bericht was wieso ist es kein bericht okay ja danke für die warnung tja dann weiß ich jetzt ja was mich erwartet tut mir leid dass ich euch nicht mehr sagen kann wir haben einen boten der venatori abgefangen und überredet uns die befehle zu überlassen die er bei sich hatte wir haben sie hier die ganze gegend hier überredet etwas stimmt nicht mit ihr seid vorsichtig sind nicht alle gegenden gefährlich also noch mal so nein erinnerung gott so weit weg das ist ein riesengebiet hier kann es sein ja gut wie war es sich klein sagen muss man so ne taufenweise lyrium hier ist auch nicht sind einmal da und da und ich habe keine ahnung was klug ist wir gehen glaube ich mal richtung worden gucken da meine wird aber der rest als erstes machen es auch gut oder und hier das muss ich lese erst mal ich lese erst mal eins bericht die vor dass er toll hier da lesen wir abgefangene venatorinari ist octavian ach so der will ja stimmt da war ja was ein total gutes bild irgendwie das gefällt mir unsere verbündeten die tempel orientieren sich um orientieren sich um und verlassen ihre mine in den schluchten ach da ok deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die ausgrabung und die beschwörung spricht mit unserem weiß clown partnern parteien hätte ich fast gelesen kurz vor der bundestagswahl ich schicke euch weitere ressourcen service ist ja so eine art servus nur anders weiß schon ja ist in ordnung aber was ich mal eben mache es gibt neuigkeiten danke das solltet ihr euch selbst ansehen gut so das haben wir jetzt ist das ausrufezeichen weg ok dann gucken wir mal eben was wir für tolle sachen für kohle haben und ja wir sehen uns dann wieder der kommen ist schon ganz aufgeregt wir sehen uns dann wieder wenn ich den gelevelt habe und ich muss mich gar nicht leveln aber eingekleidet habe mal gucken wir haben auch unsere sachen nicht an menschens kinder ja wir sehen uns gleich wieder so geschafft allerdings habe ich leider kein outfit für ihn aber er hat sieht man jetzt nicht nur er hat er hat weiß du was ja bleibt stehen er hat jetzt andere deutsche bekommen die halt mehr kriegen mehr mehr tun für dinge du weißt schon diese besser und ja wir laufen jetzt einfach mal los ich will zwar richtung norden und ich will mal kurz gucken was das denn gar nix ok aber ich ach da war ja ein risk genau ich habe ja gesagt lassen soll erstmal der riss machen ich habe gerade gespeichert ja kann man da was plündern oder ist das nur das nix ok was das hier vor wenn da hinten sind wisst ihr was das was was haben wir hier todeswurzel sehr schön warte ich muss ihn plüten na gut dann machen wir es halt gleich wie wärs wenn du auja das tat vielleicht weh warte mal das kann ich jetzt noch mal zurückziehen so warte ich versuche gleich mal so jetzt was machen wir da ja schon mal so sehr schön gehen von hier aus bringt es nicht viel der ist tot nimm den nächsten na los jetzt schlägt mich keiner du der sehr schön so jetzt sind sie alle im level aufgestiegen wollte mich veräppeln so sehen die aus dann die schon die ganze zeit so aus wahrscheinlich aber gut da und da alles klar da gehen wir hin lebenswächter amulett guck mal das können wir doch jemandem geben aber damit gleich ja eh nochmal ähm jetzt wieder drauf gedrückt und was das denn paragon schimmer hatten wir das schon mal das weiß ich auch nicht aber da ist noch ein da müssen wir noch was tun aber warte mal ich hatte hier wo hat ich denn noch was wo da ja das meinte ich zwar nicht aber das hatten wir auch wir haben samen gefunden das ist sehr hübsch hier was irgendwer von euch gemacht hat so das war's okay ich möchte aber irgendwie da hoch weil da oben ist auch irgendwas komm hier hoch sehr schön was haben wir denn hier guck mal das können wir plündern okay ich level da mal eben ne das geht ja schnell ist ja gar kein Thema ja so hallo da sind wir wieder alle gelevelt alle super so da ist irgendwer aber da geht es auch noch weiter ne und hier links ist ein questmarker dann gehe ich jetzt mal hier rein seltsam warum haben sie die fracht nicht mit den karren weggebracht hm weil hier kirchen kerzenstummel drin sind okay ähm was okay hier ist aber sonst nix gut dann gehen wir jetzt doch wieder rechts rum oh hallo na 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 eine die die nicht Sie die zu die Ich weiß nicht, ob es hier sowieso hochgeht, aber irgendwie möchte ich hier jetzt gerne hochgehen. So. Hier irgendwie. Aber ich komme da gar nicht hin. Oh. Ich komme da nicht hin. Ich dachte, ich komme jetzt doch hin, aber ich komme nicht hin. Okay. Wir können aber ja noch... Ah! Ich dachte, ich könnte hier hoch. Gut. Warte. Nein, 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 nein. Hopp! Hä? Wie bin ich hier gerade hochgekommen? Okay, was soll's? Wahrscheinlich müssen wir außen rum. Ja. Wir gehen jetzt mal hier rum und dann gucken wir mal, was wir hier finden. Ja. 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 Ja.